Musik Musik Sie sehen hier unseren Betrieb mit Bullenmast. Wir haben hier 300 Tiere an diesem Standort und haben die Tiere hier auf Spalte mit Gummimatte. Die Tiere haben 3,5 Quadratmeter Platz pro Tier. Davon sind 2,5 Quadratmeter Gummimatte pro Tier. Wir haben uns bewusst für die Matte entschieden, einfach aufgrund der Tiergesundheit, des Tierwohls und auch der Zunahmen. Es hat sich auch bewahrheitet, die Tiere nehmen tatsächlich wirklich wesentlich besser zu und sind entsprechend auch ruhiger. Wir füttern hier eine TMR-Ration und das einmal am Tag ad libitum und führen allerdings eine Tierkontrolle 2-3 Mal am Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.